Welcome back! Wir haben die UFO-Mission fast durch. Viele können es nicht mehr sein. Wir haben ja gerade zwei gestunt. Das sollte auf jeden Fall ein Anführer sein dabei. Die bleibt man hier zum Aufpassen. Und wir suchen jetzt wieder nach den letzten. Kann sein, dass die sich hier unten noch verstecken. Aber man weiß es nicht. Gardaback kommt mal mit. So. Okay. Hier vielleicht noch? Hm. Oder draußen. Man weiß es nicht. Wo verstecken sich die Säcke? Burschen, wo seid ihr? Ja, der ist hier rausgerannt. Das kann sein. Die Karte ist hier auch zu Ende. Ex, guck mal raus. Behackt mir jetzt gar nicht. Hm. Wo ist der Sack? Das ist doch nicht weit, oder? Irgendwo muss doch noch einer sein hier. Das kann es doch nicht sein. Oder? Hier in dem Raum haben wir noch nicht geguckt. Über den Fahrstuhl müsste man doch runter können. Geh nochmal hoch. Hm. Da kann man auch noch rein. Okay. Das Illyrium. Natürlich jetzt wieder sehr unsicher hier, welche Pampa zu latschen. Wo versteckt der Bursche sich, ist jetzt die Frage. Nicht, dass der uns jetzt auf die letzten Züge noch hier wegsnipe. Das wäre natürlich nervig. Ich schaue nochmal hier. Das Illyrium will ich jetzt auch nicht hochjagen. Okay, hier ist er nicht. Hm. 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 Das ist mir jetzt rätselhaft. Ganz ehrlich. Hm. Wo ist der fehlende Alien? Da ist er. Steht der draußen rum. Frech wie Oskar. Yo. War's das jetzt? Ja. Das war's. Sehr schön. 392 Punkte. 100 Illyrium. Jawohl. UFO-Navigation. UFO-Energie-Quelle. Na gut. Fünf Leute verloren. Zwei lebende Außerirdische. Da müsste ein Anführer dabei sein. Das ist doch mal geil. Endlich mal Illyrium. Ja. Und Beförderung haben wir auch. Hm. 46 und der Exvisor. Glückwunsch. Sehr gut. Was sagen die Diagramme? Ja. Sind wir sogar im Positiven noch? Gar nicht schlecht. Okay. Ähm. Haben wir jetzt einen Anführer dabei? Jawohl. Sehr gut. Und der Äthera-Soldat ist auch gleich fertig. So. Gucken wir mal, was wir jetzt hier noch veräußern können. Schweres Plasma. Und wir haben... Ey. Wir haben keine Munition dazu bekommen, wie es aussieht. Das ist doch kacke. Das verstehe ich jetzt aber richtig, ey. Hm. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Warum wir da jetzt wieder keine Munition bekommen haben. Das kann hier alles weg. Bis auf einen. So. Legierung überhalten wir natürlich. Ey. Ich verstehe nicht, wieso wir keine Munition kriegen. Das ist mir echt rätselhaft. Das ist echt beschissen. Aber Kohle haben wir. Ohne Ende. So. Was ich noch machen wollte. Wir haben jetzt den Hyperwellen-Decoder. Da können die Standard-Radar-Systeme weg. So. Weil... Der ersetzt die beiden. Im Prinzip Quartiere haben wir auch noch genug. Aber wir müssen Soldaten nachbestellen. Wir haben nur noch sechs Leute. Da kaufen wir mal 15 Stück nach, würde ich sagen. So. Okay. Und wir haben keine Munition mehr. Hier haben wir noch zehn Ladestreifen. Ja, das ist echt bekackt. Das ist wirklich scheiße. Ich verstehe. Aber ich verstehe es nicht. Aber ich werde nochmal ein paar Fluganzüge, glaube ich, herstellen. Und ich wollte nochmal gucken... Ähm... Moment. Haben wir den Avenger eigentlich schon erforscht? Nein. Okay. Haben wir noch nicht. Ich stelle nochmal ein paar Fluganzüge her. Die brauchen zwar wieder ordentlich Elyrium, aber... Nicht genug... Ach ja. Brechen wir das mal kurz ab. So. Und Fluganzug. Das braucht aber auch Elyrium, die Scheiße. Fünf Stück wären schon 80 Elyrium. Na, dann lieber Energieanzug. Das können wir uns so nicht leisten. Na, mach mal zehn davon, bitte. So. Alles klar. Soldaten sind auf dem Weg. Ich mach mal weiter. Abre Diagramme wollte ich nochmal kurz schauen. Nordamerika geht leicht hoch. Ansonsten geht hier gar nicht mehr viel ab. Okay, machen wir mal weiter. Da sind unsere Soldaten auch. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bayer 62, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir jetzt die 63. Ich hoffe, das stimmt. 63. Die 64. Ach, scheiß drauf. Kack jetzt auf den Mut. Ich mach das jetzt einfach weiter, ey. Wen interessiert's, ey. 67. Die 68. Ich kack jetzt auf den Mut. Ich glaube, er war psionisch schwach, wenn ich mich täusche. die 69. Die 69. Und die 70. Und die 70. Und die 80. Äh. 71. Entschuldigung. Machen wir doch jetzt 70. Die Zeit ist auch schon wieder rum, aber ich will das jetzt noch schnell kurz fertig machen. Ich hoffe, ich überziehe nicht zu viel. Gut. Alles klar. Dann war's das wieder für diese Folge. Bis bald.